Bitte töten meinen Vater. Okay! Hallo, Daddy. Also von dem Typen, der gerade gestorben ist. Eine lange Lebensleiste. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte noch nicht hier sein. Ich kann dir jetzt Level im Original, also im normalen Gabe abziehen, wow. Okay. Wow. Oh-oh. Verflucht! Hey, pst! Er hat da ein Vöglein gezwitschert. Du hast doch kein Abo dagelassen. Schnell, hol's schnell nach, kriegt keiner mit. Es ist ja ganz einfach. Just do it! Don't let your dreams be dreams, just... Do it! Aua. Dankeschön. So. Hallo, Daddy. Woo! Okay. Oh-oh. Weg, 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 weg. Das ist eine... echte Arschloch-Attacke. Oh-oh. Nein, nein, nein. Oh-oh. Oh-oh. Okay, die Scheide auch wirklich auf der Ebene zu bleiben und nicht mit dem Boden mitzugehen, die Druckwelle. Oh. Das heißt, wenn ich da runtergehe, scheine ich mich davon auch weit genug entfernt... entfernen zu können. Das war knapp. Komm schon. Ich gehe hier, bei dem gehe ich jetzt absichtlich auf Distanz, weil ich möchte, dass er halt nicht die, nicht die, nicht die, nicht die, nicht die... Oh-oh. Okay. Kapp's. Ich möchte, dass es so auf mich zuspringt. Genau die hier. Und tap. Weil dann kann ich ihn schön punishen danach. Au. Dann rastet er nicht ganz so aus. Komm her, Kleiner. Okay. Ja, ich bin weit genug weg. Wow. Dann hat er erst angetäuscht und dann nochmal gemacht. Interessant. Weg, 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 weg. Hui. Wird der Radius größer von der Attacke? Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-woah. Oh. Nein. Seelenstufe abgezogen. What? Ich dachte, das kann der im Remake nicht mehr. Okay. Jetzt ist er aber tot. Oh. 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 Oh.